So Leute, grüßt euch und weiter geht's wieder bei Pokémon MMO 3D. Ja, wir sind ja dabei stehen geblieben, das Kadabra weiterzuentwickeln, aber wir gucken erst mal wieder rein, wie immer, ob wir jetzt gleich mal endlich was verkauft haben. Waaah, immer noch nicht. Schon drei Shinies hab ich drinne. Leute, ist das euer Ernst? Ihr seht doch mal zu, nur kauft doch einfach mal, was ist denn immer so schwer daran. Ohohoho. Hä? Ist das neu? Äh. Das ist doch ein Ladybar oder ne? Hä, Moment mal. Das ist doch wahrscheinlich ein Shiny Ladybar, oder? Äh. Ne, das ist ja... Ne, ist doch gar kein Ladybar. Sowas von alleine gar nicht. Waaass? Es ist ein neues? Nöööö. Na, 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 na. Achtso, Moment. Und Zeit leuchtet, meine Damen und Herren. Hä? La 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 la. Ach du liebes. Das kommt wahrscheinlich von... Piedril. Nehmen wir an, das Kuckoo. Oder wie das da heißt, wenn das jetzt so war. Okay, egal. Jetzt gehst du mal weiter. Das Abra verprügeln, äh, trainieren. Ladies und Gentlemane. Na na na. Oh ja, Ladies. Und Gentlemane. Schlagt doch. Puh, das war knapp. Oh, die hätte blöde meine wieder vergessen. Ach ja. Ah, vergessen Dings da. Ich wollte ja im Discord selber nachfragen, wie man schnell in Happiness rankommen kann. Egal. Ich mach mal hier. Nabeln, sagt mal, Leute. Leute, guck mal, wie bekommt man schneller mehr Happiness, guck mal. Gibt es da Tricks? Oder... Oder... Irgend... Etwas. So. La 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 la. La la la. Alles alte Säcke. Ganz dünnes Eis, Frau in Blase. Ach, stimmt. Ach, stimmt. Ach, stimmt. Ach, stimmt. Ach, stimmt. Ach, stimmt. Danke. Danke für die... Für die Erinnerung. Ich. 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 Einen. Ich. Einen 50. So. So, Leute. Quest. Da war ja was. Da war ja was. Sag mal, mal gucken. Wofür gehen wir? Hä? Happiness plus 40. Happiness plus 350. Zehn von denen da war's. Hö? Äh. Warte mal. Kingner. Kingner erschlagen. Schiete. Aber ich weiß wo. Ach so, dadurch kriegen wir... Aha. Und ich weiß, wo wir Kingners bekommen, meine Damen und Herren. Ja, je. Jawohl. Island. Das heißt, eigentlich, ich kann aber mit meinem Pikachu dann verprügeln. Stimmt's? Ja, doch. Doch. Ich kann doch dann definitiv mit meinem Pikachu mobben. Jawohl. Pikachu. Komm raus, mein Schmerzes. Yeah. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt holen wir jetzt mal ordentlich Happiness zusammen. Was geht? Boah. Schnell, du bist Pikachu. Na lohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Der Pikachu habe ich zu einem Mega-Pokémon gemacht. Mächtig großer Fehler. Achso. Schnaufe Korn. Yeah, Ladies. So, Kingler, 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 Kingler. Ah, guckt mal, Leute. Wie perfekt passen. 100%ig. Kommt gerade passen. Genau das brauchen wir nämlich. Das ist Kingler. Ein Stern, du. Aber leider kein Schreini. Pikachu, du hau doch. Flegmon ist immer wichtig. Yeah, 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 ja. Oh, komm schon, Kingler, Kingler, Kingler. Ach, nee, eine KK-Kerai, aber kein Kingler. Lala, 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 lala. Lala, 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 lala. Tut's mal leid, aber gegen mein Fikajab, der kann es schon z life-fiel. Ich muss erst mal Kingers erschlagen und dann kicke ich die Punkte. Das heißt, Moment. Das heißt, Momentikus. Drei noch. Und auch drei Kingers erschlagen. Geilo. Okay, wir gehen noch ein bisschen jetzt hier so hin und her. Vielleicht kann ich mir doch mal wieder ein Kingler auf. Aber drei Kingler... Ach, ist hier schon am Arsch. Das stimmt ja. Würde ich an deiner Stelle nicht machen, Quaxel. Mächtig großer Fehler. Ich hab dich gewarnt und du wolltest mich hören. Das ist jetzt davon. Jean-Benz. Va,จ Release. Oh, ich hab dich. fortunately, wann war ich meine komplette mir Hallo da hatte. Oh, ich hab dich. Ja. Sparks, Sander. Boah, und. So, boah. Boah. Sorry für das Sander. Warum kann es nicht... Ach, Mann. Ihr Ex-Pardon ist hier tausendmal auf. Aber nicht das King da. Was ist denn für ein Scheiß hier schon wieder? Drei King das Bräule. Komm, komm. Tuck, 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 tuck. Are you ready? Ja, Mann. Wann schon King, laa, bitte. Wann schon King, laa. Wann schon, Läu. Wann, Mann, was? So. Spinnst du, ja? Was greißt du mich doch bei einem? Ist alles vorbei für dich. Eins, zwei, zwei, drei. Zack. So ist der Sch***. Blackboard-Angreiber. Es ist nicht immer. King da. Yolanda. Ja, 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 ja. Lebst du nicht mehr? Ah, doch, du lebst nicht mehr. Genau, perfekt. Jawohl. Noch ein King da. So, ein King da müssen wir, glaube ich, jetzt. Da haben was geschuft. Boah, du Socken. Da war so ein Überblick, kann man doch wohl jetzt nicht sein, oder? Was ist noch? Ach, da. Blackmon. Komm her. Oh. Auch noch die Weiterentwicklung davon. Komm her. King da. Boah, jetzt noch nur noch ein King da, richtig oder richtig? Nö, zwei. Was soll das? Boah. Na gut, dann halt eben noch ein. Ha? Ha, ha, ha. Boah. La, 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 la. Ja, noch eins. Yeeha. Komm her, King da. Die hau die Füße runter. Jawollo. Oh, komm, 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 komm. All den King lächeln brauchen wir noch. Und dann kriegen wir bloß 300 und happiness. Yolanda. Und dann kriegen wir noch ein bisschen mehr diese... Mission, diese Quest annehmen. Und so können wir dann ganz schnell daran mit vorankommen, ne? Wow. Oh, bist du jetzt eigentlich ein Krabby und kein Kingler, hm? Hallo, Murschal. Grüß dich, Quap. Putze. Grüß dich, Fleckborn. Geht immer mehr ab. Oh, man, Pekatschuh von Pugetier, alles ist Wahnsinn, ey. Wir haben alle gar keine Chance gegen ihn. Was ist noch einmal, ist alles vorbei. Was ist noch einmal, ist alles vorbei. Ja, ha, 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 ha. Soll das Fleckmon noch immer und dann wieder zurück. Dein Bruder ist Kinglytikus. So, zurück auch jetzt, da. Spinnst du jetzt, oder was? Was ist noch einmal, ist alles vorbei. Nicht Krabby. Auch gleich gestorben. Ja, von mir. Kingler. Oh. Wo bist du? Ich will dich. Kinglytikus, komm her. Kinglytikus. Kinglytikus. black. Reste? Kinglytikus. Ja. Oh, komm schon, Kinga. Ich brauch dich. Aber ich ja wohl nicht so fast hier. Aber ich ja wohl nicht so fast hier. Oh, komm her. Was mit dir los? Ich hab dich doch noch gar nicht geschlagen. Gib auf, faule Pokémons. Komm schon, Kinga, sieh doch zu, dass du wieder auftauchst mit. Ich brauch dich jetzt noch einmal. Komm schon, sieh zu. Oh, was ist denn da schon wieder? Wir sollten es nicht angreifen, es bringt dir nichts, echt. Oh, na. Tja. Tja. Oha! Wieder ein! Aber ich wollte aber schon so viele gesammelt rein, die erstmal! Lalalala... Lalalala... Ich brauche einen Kingler, bitte! Bitte Kinglerchen, tauch schon auf, bitte! Sascha, Lust da! Ja! Ein Kingler, meine Damen und Herren, Yolanda! Bam! Quest complete! Yeeha! Megamäßig! Jawoll, 3.3.30. Hat ja wohl funktioniert, ja, coole Molli! Boah, du Zerp in der 15.000, was... Nein, das evolutionieren wir jetzt hier nicht! Aber... Kannst du denn... Kann man eigentlich auch... Naja, keine Ahnung, ne? So, sieben haben wir noch! Ähm, wir haben erstmal die Quest einmal abgeschlossen! Haben ja jetzt 300, glaub ich, war das gekommen, ne? Eigentlich gar nicht was... Das heißt, ich müsste die Quest an sich eigentlich nur mehrmals machen! Äh... Ja, ich glaub... Moment mal! Komm zurück! Ich glaub, die Quest hat dich hier am Strand bei Pellet Town geholt! Richtig oder falsch? Wir werden's gleich sehen! Äh... Lalalala... 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 Eins und zwei und drei und vier und fünf... Fünf... Sechs und sieben und acht und neun und zehn! Yeeha! Lalalala... 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 la 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 I can see I wanna be na li-na I wanna be na-si Everybody wanna be na-si Yeah, so wo bist du denn jetzt? Boah 5000 Jahre später, ey Was ist denn das? Was? Du bist keiner? Ich hau dir dein Gesicht kaputt. Das ist wahrscheinlich dieser... Ne, das ist auch ein Spieler. Boah, was ist denn jetzt los? Noch 1000 Jahre weiter oder was? Ach komm schon. Ja, da wahrscheinlich... Ja, das muss ja sein. Das ist, glaube ich, der Questgeber. Ich kriege den Krampf. Level 62? Johohohoho. Ja, das ist der Bot, den ich suche. Ach, Kinder, ey. Dann werden wir gleich in der nächsten Folge noch einmal, ne? Die 300 Tonnen machen wir ein paar Mal hintereinander, sondern... So, mach einen Fehler, Kollege, und du bist dran. Fan-Krabby. Was? Wo war ich denn da? Oh. Huch. Huch, Moment mal. Das war aber auch dämlich. Das ist ja auch gar nicht hier gewesen. Das war ja hier. Das war ja hier. Gerüst euch, Leute. So, ich muss überlegen. Ja, genau. Und die Richtung bis hier. Da hin, da hin. La, 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 la. IGMC. Oh, ich mach was süßes, Leute. Ich krieg den Kampf langsam. Dann werden wir wieder Kaffee-Chill. Ne? Ha, 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 ha. So. Wo ist es das? An Sandro. Ja, man könnte mal das Sandro, Dinger, die auch noch weiterentwickeln, Dicus? Ist großartig, werde ich später mal nach. Von Kleinschein habe ich schon alle weiterentwickelungen, oder? Ja, ich mein schon. Und mal kurz nach Kleinschein, Dicus, doch noch nicht. Aha. Von Kleinschein habe ich noch alle weiterentwickelungen. so sieht das also aus oh nein was soll das glück habe reingekommen maut zitikus hier das ist ja ein ding raubitikus ok da hatte die mission gehabt mit den kinglein da leide da noch ein raubitikus doch nicht doch da stehen wir noch ein hallo wie lander damals ja damals ja und was gibt es noch 140 dpn ist was holt das so fene vor kettgerados 750 dpn das ist ein schlag das wäre jetzt nicht verkehrt ok leute dann würde ich sagen bleiben wir jetzt mal hier stehen meine damen und herren ja ich würde sagen so ich danke fürs zuschauen meine damen und herren gibt mir einen kanal hoch er gibt mir einen kanal noch gibt mir einen daumen hoch ha 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 und das war jetzt in den kommentar wenn du mal da dann bis zum nächsten mal auf pokémon mmo3d euer princess ed bye und 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 und